Am Puls der Zeit Am Puls der Zeit Meine Damen und Herren, hautnah mit der Haushaltsdebatte. Ich schalte an den Ort des Geschehens. Also, so geht's nicht weiter. Wir stecken eben in eine Krise. Ach, und deswegen hast du wieder mal nicht gekocht? Diesmal ist es nicht so sehr eine Frage der Emanzipation. Wann dann? Eine Frage der Mittel. Welcher Mittel? Des Geldes. Nichts mehr da. Die Bank meint schon lange nicht mehr. Überzogen? Ja, dem Überziehungskredit. Was ist denn das? Neuer Fernseher, das siehste doch. Für die Küche? Naja, für wenn ich mal koche und so. Und dann gibt's ja auch gute Ratschläge und Rezepte. So, na, wie ist denn dieser Haushalt noch zu retten? Mit der Glücksspirale. Zehntausende, Hunderttausende und als Spitzengewinn 2,5 Millionen in den Wochenziehungen. Das siehste? Mit der richtigen Jokerzahl sogar. Alles doppelt, statt 2,55 Millionen. Und für die, die ganz sicher gehen wollen. In den Prämienziehungen. 6.000 Mark monatlich. Das wär's. Jahr für Jahr. Lose 5,50 Mark wie immer, gewinne wie nie. Glücksspirale? Glücksspirale. Und wo? Lose nur bei Lotto. Evan Botto. Junge Peter. ��